Für diesen Sport braucht man einen langen Atem. Unterwasser-Rugby. Es ist eine Vollkontakt-Sportart, bei der so ziemlich alles erlaubt ist. Und die einzige 3D-Sportart der Welt. Gespielt wird nämlich nicht nur in die Länge und Breite, sondern auch in die Tiefe. Und ich probiere das Ganze heute aus. Das mache ich aber nicht allein. Ich habe Hilfe an meiner Seite, und zwar von Jan Philipp. Er gehört zu den besten Unterwasser-Rugby-Spielern Deutschlands, der U21. Und ich hoffe, dass er mir so hilft, dass ich nicht untergehe. Jan Philipp, was sind die wichtigsten Spielregeln? Auf was muss ich gleich achten? Also zu einmal der Korb, der ist für dich tabu, den darfst du nicht anfassen. Dann zweite Regel, Ausrüstung ist tabu. Also Schnorchel, Maske, Flossen, Haube darf nicht angefasst werden. Und dritte Regel, wenn du den Ball hast, dürfen dich alle anfassen. Hast du keinen Ball, darf dich keiner anfassen. Alles klar. Die Ausrüstung ist besonders wichtig. Eine Schwimmhaube mit Ohrenschützern, damit das Trommelfell nicht platzt. Sollte man mal was auf die Ohren bekommen. Eine Taucherbrille zum Sehen, Armbändchen, dass man unter Wasser weiß, zu welchem Team man gehört. Und natürlich einen Schnorchel, damit man auch beim Luftholen weiter beobachten kann und weiß, wo man als nächstes hin muss. Ausrüstung steht. Jetzt haben die zu mir am Telefon gesagt, ich soll Socken mitbringen. Socken sind gut, damit deine Füße nicht aufscheuern. Weil du bewegst die Füße ja unfassbar viel in den Flossen. Und wenn du morgen nicht mit blutigen Füßen aufstehen willst, ziehst du die besser an. Aha. Vielen Dank für diesen Tipp, bin ich sehr froh drum. Das sind aber Profigeräte hier, oder? Ja. Sind wir denen schneller? Ja, also bei denen ist es so, das sind Glasfaserflossen. Und die sind deutlich härter als die. Und damit ist man um einiges schneller. Glasfaserflossen. Das ist ja wie beim Sportwagen. Ja, krass. Wie bei jeder Sportart gibt es auch hier ein Warm-up, damit sich der Körper an die Wassertemperatur gewöhnt und die Muskulatur und Gelenke aktiviert werden. Dann geht es los mit meiner ersten Unterwassereinheit. Wir passen uns jetzt gleich am Anfang erstmal ein bisschen zu. Da ist es so, den Ball am besten so passend wie beim Kugelstoßen. Also quasi den anderen Körper rannehmen, Ellenbogen anwinkeln und dann den Arm strecken. Dann kommt der Ball eigentlich am sichersten an. Und auch immer nur mit einem Arm passend wie mit beiden gleichzeitig. Nächste Übung, Ball wegnehmen. Wie beim Rugby an Land geht es auch hier richtig zur Sache. Hier spüre ich sofort den Vollkontakt und dass ein Angriff von allen Seiten kommen kann. Ich bin jetzt und fertig ist es. Oh Leute, sehr gut da. Seit vier Jahren spielt Jan Philipp Unterwasser-Rugby bei den UW Rugby's Mittelhessen. Einmal pro Woche im Hallenbad Polheim. Dazu kommt noch zwei- bis dreimal Ausdauertraining. Was macht dir am meisten Spaß an diesem Sport? Der Mangel an Luft ist tatsächlich so der Reiz an der Sache. Einfach, dass man nicht immer atmen kann, sondern dass man wissen muss, wie muss ich meine Luft mir einteilen, so dass ich trotzdem mein Team unterstützen kann. Mit dem Schlag aufs Wasser geht das Spiel los und ich darf direkt als Stürmer ran. Jedes Team besteht aus zwölf Personen. Sechs, die spielen und sechs, die eingewechselt werden, wenn man eine Pause braucht. Idealerweise ist das Becken so lang wie ein LKW, also 18 Meter, zwölf Meter breit und bis zu fünf Meter tief. Gespielt werden zweimal 15 Minuten und damit der Ball überhaupt unter Wasser gespielt werden kann, ist der mit Salzwasser gefüllt, denn Salzwasser ist schwerer als Süßwasser. Während des Spiels geht's unter Wasser zu wie im Piranha-Becken. An den Körben darf man sich übrigens auch nicht festhalten, deshalb legen sich die Spieler mit ihrem Rücken so lange drauf, bis die Luft ausgeht und ein Teammitglied übernimmt. Also, Fazit von mir, eine absolut abgefahrene Sportart. Man verliert völlig das Gefühl, wo oben, unten, hinten, vorne ist. Es geht richtig zur Sache wie beim Rugby und ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser ich heute verschluckt habe. Also, man muss sich wirklich unter Kontrolle haben. Dann Philipp, deine Profimeinung. Wie habe ich mich geschlagen fürs erste Mal? Also, für den Anfang auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe mich vorhin schon unten am Korb gesehen. Das war echt gut, das schaffen nicht viele beim ersten Mal. Aber es ist natürlich klar, nach der ersten Stunde ist da nicht viel zu erwarten. Ausbaufähig. Genau. Aber es hat Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank. Megacool. Wann kommst du wieder? Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich trainiere noch ein bisschen bei mir im Plantschbecken, würde ich sagen. In diesem Sinne, tschüss, Gim. So, ich schwimme noch eine Runde, ganz gemütlich. So, ich schwimme noch ein bisschen bei mir.